Niemand wird diesen Raum verlassen, bis ich weiß, wer von euch meine unglaublich unmenschlichen Regeln missachtet hat. Also, ich will einen Namen. Mrs. Crunch, ich hab das getan. Nein, Mrs. Crunch, ich war das. Was soll das? Nein, das war ich. Amy, setz dich hin. Ich hab das getan. Nein, ich war es. Es reicht! Das war ich. Nein, ich war das. Ich war das, Mrs. Crunch. Nein, das war ich. Mrs. Crunch, ich war das. Nein, das war das.